Und damit herzlich willkommen zurück zu The Forest hier bei Explorer IP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mit dabei die Jungs, grüßt euch und ja, Waschbären. Es gibt sie irgendwo, aber man weiß nicht wo. Ja, ein gewisser Streamer hat sie an seinem Stream wohl gefunden. Und gut, ich habe das jetzt nicht gesehen. In der Nähe der blauen Fahne soll eventuell die Chance bestehen, dass wir da welche finden. Und da marschieren wir jetzt einfach mal hin. Die Jungs machen gerade Höhlenforschung. Holen noch Kram, den wir aber in der Aufnahme schon wohl hatten. Und wir lunschen jetzt einfach mal und schauen, ob wir Glück haben. Unterwegs Stickys sammeln. Aber hier vorne ist ja auch das Poloch der Welt. Dann kann das mit der blauen Fahne echt hinkommen. Die blaue Fahne ist ja das große Eingeborenencamp. Genau, wo die Pfeile sind, ne? Ja, da bin ich... Nein, da bin ich nicht. Die Pfeile sind bei Rot. Ja, weil... Blau bin ich gerade eben gewesen die ganze Zeit, da war nicht ein, war schwer. Äh, ich sehe keine rote Fahne, ich sehe rosa Fahne. Ja. Das ist Rot. Toll, da haben wir zwei... Genau, die beiden. Die beiden. Die beiden in der Nähe von unserer ersten Base, da wo jetzt gerade Killer Beat rumläuft, glaube ich. Ah, okay. Ähm... Gut. Alter, was ist denn für ne Map hier? Ich sehe hier wieder nix. Dann schauen wir mal. Einfach weiter, einfach weiter runter, Jopalam. Oho. Okay. Ist ganz gut mit denen. Dann gehen wir mal gucken, was der Killer Beat da so... ... während unserer Abwesenheit noch hingestellt hat. Oh, ich sehe ein Schildesolch. Ja, ich zeig dir kurz den Teil, wo man tauchen kann. Bis jetzt kurz gucken, ob du da noch was anmeln kannst. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und dann das, wo du sprengst. Ja, ich stopfe mich grad mit allem anderen Zeug voll, was ich hier so finde. Warte kurz, dann zeig ich dir, es ist ein Outfit und ein Buch, was man findet hier. Vielleicht muss man schleichen. Ja, einen Zettel habe ich. Ja, mit dieser Lucky Number drauf, ne? Ja, ja. Ja, cool, das ist alles respawned schon, dafür, dass ich einmal rausgegangen bin. Ja, ist ja so, du gehst raus, dann kannst du da reingehen und das wird alles respawnen. Outfit. Hier? Bisschen Medizin und so. Ein Outfit. Oh Gott, hab ich was voll. Und hier ist das Buch. Ah ja. Und da müssen wir gleich runter, wenn wir springen, aber jetzt zeig ich dir erstmal hier oben. Das Buch beschreibt Explorer. Was? Das ist die Dacke, halt nennen. Genau. Weil gerade einer e-sportend, oder? Scheint nicht so. Naja, ich hab meine Machete jetzt voll abgegradet da. Abgegradet. Ja, das kommt später wieder. Das ist so genau, ob ich jetzt was und dann, Taneanzug. Hm? Das ist das Outfit, was ich anhatte, plus, ähm... Taneanzug oder sowas dann? Ja, die, die Echsenhaut. Weil besser, dass du nicht gesehen wirst, etc. Hier ist nur Medizin, bloß. Ist irgendwas drin? Ne, die Dinger, die, die Kisten sind meistens komplett leer. Hier ist ein Zelt. Hier ist meistens. Guck doch mal, hier ist ein Leuchtfackel. Guck doch mal Pfeile, okay. Die ist dann grad nicht da. Ja, und hier ist ja schwimmen, da komm ich ja nicht weiter. Genau. Guck mal kurz hier um, ob hier irgendwas war, aber ich glaub nicht hier so oder so. Nö. Na gut. Ich bin natürlich immer flott unterwegs in den Höhlen, fragt die Jungs. Ich hab mich schon gemeckert, letzte Mal. Warum? Weil du so schnell durch... Ja. Seid so schnell. Gar nicht. So, und hier ist jetzt der zu strengende Teil gleich. Da komm ich jetzt nicht weiter. Hier ist es. Ah ja. Das musst du dann hier legen. Weg da, würde ich dann empfehlen, ne? Danach. Das ist ne Leuchten. Ach ne. Da. Du musst aber noch zwei oder drei, äh, so zweimal oder so, glaub ich. Ja, ja, ich hab gedacht, Bari. Naja. Was ist das schon? Ja. Ich hab nur ein Piepen gerade. Ja, das hat man immer danach. Ist so dunkel. Ich sag ja, es ist zwar krass. Und ich hab die Helligkeit bei mir schon richtig hoch gestellt, ne? Aber, geile Chance. So, wir jetzt hier alles absuchen. Ob wir auch alles mitten hin? Ich trau mich hier schon gar nicht zu reden. Warum? Ich bin aber sperren, dass ich sie verscheuche. Oh, ich hab nur eine große Höhne. Oh, das geht um. Die zwei sind direkt unter uns. Ja. Hier ist noch ein Zitter. Hm, danke. Don't be afraid, Justin. Da ist einer. Da hat er noch. Da hat er noch. Direkt vor mir. Äh, der rote. Rote Farbe. So, warte, hier sind zwei roten Flangen da. Wir schleichen weiter. Hier ist ein Feuer. Ich glaub, hier war nicht, doch, doch, hier war noch ein paar Rechtefackeln drin. Äh, da in der Ecke ist auch was zum Sammeln. Wenn du jetzt bist. Ja. Unter dem Limestone. Aber jetzt hab ich auch den. Das ist... Und ne Videokassette ist ja auch noch, ne? Hast du die auch gesagt? Dann müsste ich die schon mehr gehabt haben. Ich sehe hier keine Videokassette, deswegen. Okay. Ich glaub, hier war nix mehr. Außerhalb von einem Abteil, da kann man halt auch nicht zum nächsten Mal hier reden. Toll, der Tee ist schon wieder alle. Sauerei. Ich hab mal ein Feuer, was zu essen noch nicht. Hier hängt auch noch nix mehr rum. Der chillt hier. Ja, der hat ein geiles... Komm, ein bisschen gut schlafen. Gutes Versteckung. Ich hab Feuer gemacht. Und schnurre zu essen dabei. Gehe ich direkt fertig. Oh, war nicht mehr so lecker, oder? Ja, du siehst auch nicht so gesund aus. Du warst ja eben noch braun, jetzt siehst du anders aus. Zwei, blöde. Sondern jetzt... Wo ist denn, wenn der mir direkt vor die Plinte läuft? Da hinten sind noch Zelte. Mehr Leuchtfackeln. Ah, hier ist noch ein Zettelchen. Das man nicht aufnehmen kann. Also... ...ne Zeichnung dafür. Oh, etwas in der To-Do-Lüste. Dynamit. Schokoriegelin. Erkunde die Wasserfallhöhle. Die hat bei mir durchgestrichen. Die Sack, die ist nicht so groß hier. Ja, aber da ist fertig, ist fertig, ne? Können ich direkt auch noch speichern. Fertig ist fertig. Kann ich nicht. Dann müssten wir jetzt direkt über dem Explorer rauskommen. Dann bäuch ich mir von unten ein Loch in dich rein. Das hört sich jetzt sehr erotisch an. Das wusste ich. Macht mich jetzt irgendwie geil. Das wusste ich auch. Habt ihr nur ein paar Meter zu gehen, um zu kuscheln? Ich komme mich gleich wie ein Maulwurf aus dem Boden geschossen und springe in dich rein. Ich krieg hier langsam echt Brass mit den Viechern. Kann ja nie sein. Habt ihr einmal im Netz geguckt, wo die Viecher sind? Ja, die spawnen im Prinzip südlich vom Cave, von dem Loch, nördlich vom Loch. Eigentlich sollen die überall auftauchen. Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Ganz ernsthaft, wenn das pure Realität wäre, wäre ich schon nach dem ersten Seil, glaube ich, wenn ich ausdauere, in so einem Seil hochzuklettern, so lange. Nein. Ja, fand ich auch bewundungswert, mit einer Hand. Genau. Ja, und der anderen macht das Feuerzeug anmachen immer wieder, ne? Deswegen hat er permanent Hunger, weil er ist so ein... Ja, aber verständlich, ich würde das nicht schaffen, tut mir leid. Selbst mit zwei Armen würde ich das nicht packen. Ja, das heißt, eigentlich müssten wir hier jetzt noch so einen Marker setzen, ne? Damit dieser Höhleneingang dann auch als erledigt gilt. Kriegt dann der nämlich auch rote Farbe oder orange, wie auch immer, so ein Merkmeid. Und wenn jetzt... Ach, der Eingang ist das, okay. War hier noch was zum Sprengen vielleicht? Ne, ne. So, nicht respawned. Hier sind wir direkt wieder in der Nähe von Wasser. Hm. Komm. Jetzt dürfte uns eigentlich auch nichts passieren. Nee, das dürfte mir auch eigentlich nicht angegriffen werden. Warum? Weil du immer noch rot bemalt bist. Sollten wir jetzt nicht ins Wasser springen, dann knien sich ja sogar vor dich hin und beten dich an. Ich hab jetzt das Problem, ich kann jetzt meinen letzten Baumstamm gar nicht mehr setzen. Warum? Keine Ahnung. Das hier ist die Höhle auf jeden Fall mit dem Tauchgerät, glaube ich. Nein, das ist die Höhle, wo wir gerade rein sind. Ich hab ne Decke gemacht. Und... Wir sind da gerade rein. Wie machen wir denn fertige Höhlen? Wir verwendet drauf einen jetzt. Ich würd sagen, fertige Höhlen machen wir jetzt rot. Hier ist auch kein Ehen mehr. Aber wir haben auch das Camp rot. Ja, das ist nicht schlimm. Da weißt du auf jeden Fall... Ah, okay. Jetzt erstmal rot. Das Camp, das können wir ja später... Die Farben kannst du ja immer wieder verändern. Weißt du? Okay. Ach genau, das wollte ich noch ausprobieren. Kann man das eigentlich? Ne, ne? Da läuft doch schon einer. Ich hoffe, dass du mich noch ruhig bekommst. Du kannst dich vor den hinstellen. Der müsste sich direkt bücken und müsste sich... Oder hinknien und fängt man zu beten direkt vor dir. Weil die die Farbe rot nicht mögen. Oder heilig finden. Was was immer. Ich wundere hier jetzt... Vielleicht kriegt die nächste Öle. Soll ich mal jetzt austesten, ob du mich angehabt hast oder nicht? So, ich bin jetzt angeblich in einem angeblichen Waschsperrgebiet. Na, du wirst mich doch jetzt nicht angreifen. Ich bin bemalt. Willst du mich verarschen? Du hast die falsche Farbe genommen. Jetzt geht er sich hin und betet. Tja, und ist dabei gestorben beim Beten. Tja. Herzinfarkt. So wie Zufall, aber... Er ist mitten in die Klinge gelaufen, ja? Nein, nein. Er hat einen Herzinfarkt beim Beten gekriegt und ist tot. Ungefähr. Achso. Könnte aber auch in deinem Körpergeruch gelegen haben, oder? So, ein bisschen? Naja, 35 Tage auf dieser Insel. Vielleicht zweimal geduscht. Oder eigentlich in den See gesprungen. Kein Wunder, dass wir keine Waschbären finden, die riechen dich aus drei Kilometern Infernung. Echt? Ja, als ob ihr nicht anders riechen würdet. Ne, ich decke mich immer mit Hasenpups ein. Ih. Habe ich sie gelernt, vor zwei Wochen. Moppelkotzer. Auch kleine, süße Tiere pupsen. Oh ja. Und stinken. Meistens immer mehr als die großen. Wenn die Katze hier neben mir pupst, dann weißt du aber Bescheid. Ja, ja gut. Katzen, ja. Gut, dann gehen wir mal beim Killer Beat gucken, was der da so hantiert. Und werden uns da mit Essen und Trinken eindecken und dann gehen wir weiter suchen. Und ja, ich bring mein eigenes Trinken und Essen mit. Ich habe genug aufgehangen, schon. Ja, ich bin ja jetzt hier bei ihm. Ja, ich sag ja. Ich war doch eben auch beim Killer Beat und habe dann schon ganz viel Essen aufgehangen. Also, ich bin mal kurz weg. Jo. Jo. Wir brauchen eine Tür hier irgendwo. Alter. Ja. Ja, weil wir lange nicht mehr in der Hauptbasis waren. Ja, aber da muss man echt alle Hasen haben. Die wird erstmal niederfratzen, damit hier Waschbären spawnen oder was. Ja, ist aber was zu tun. So, was darf man denn Neckeres hier reinschmeißen? Luschi. Was, kann man direkt essen? Was denn da los? War wohl nicht mehr ganz gut, Digga. Luschi. So, ein Hase tot. Das Fleisch ist reingeschmissen. Keine Ahnung. Zweiter Hase tot. Waschbären spawnen. Hopp. Dritter Hase tot. So. Vierter Hase tot. Ich sitze gerade oben auf einem Stein und schieße von oben in geduckten Haltung, so Tarnhaltung in dem Sinne. Alle Hasentote hier rumlaufen. Das sieht sehr lustig aus. Findest du nicht, dass du ein bisschen übertrieben hast mit dem Bauen hier? Das wird nicht so, wie ich es wollte. Ist es noch zu klein oder was? Nein. Ich wollte eigentlich in dem Dach noch so ein Loch rein stanzen, aber das geht gar nicht. Okay. Ja, dann wünsche ich dir noch viel Spaß. So, wo sind jetzt die zwei roten Flaggen hier? Ich, äh, ich, äh, da ist eine. Da ist eine, da ist eine. Überall. Äh, wir gehen mal hier am Strand entlang. So, Hasen habe ich jetzt voll. Das können durchgespawen. So, fällemäßig kann ich auch nicht mehr viel mitnehmen. Oh, ich hab, ich hab gerade sieben Hasen getötet. Sieben Hasis. Und ich nehme jetzt gerade nur drei Hasis habe ich ja, kann ich ja nur mitnehmen. Und der Rest ist im Prinzip nur das Fell, was ich jetzt mir unter den Nagel reiße. Das sind diese besagten zwei roten Fahnen, glaube ich. Dann laufen wir da jetzt ganz fix hin. Wird zwar jetzt düster. Ich bin bei euch ja bei Bates schon. Ich sitze hier unten und warte auf Respawn-Ventil von Waschbären. Ich kann auch eben mit dir gehen. Ja, die müssen ja in der entgegengesetzten Richtung sein, wo wir bis jetzt immer gesucht haben. Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Eigentlich müssten sie sich anhören auch wie Hasen und noch nebenher so ein komisches Geräusch machen. Ich weiß richtig, was ich noch in Erinnerung habe. Dieses Fiepsen, was du mit unterhörst, dass du vielleicht, wenn dieses Fiepsen kommt, dass du dich dann hinsetzen musst. Ne, ne, das bringt überhaupt nichts. Normalerweise, so wie ich die kennengelernt habe, rennen die auch durch die Gegend und allem drum und dran. Das ist ja eben nochmal nachgegoogelt. Es wird düster. Ja. Leuch. Bleibst du hier, ich brauch dich. Alter, sind die scheiß Viecher schnell. Das ist ein Hase. Rechhörnchen. Ich laufe jetzt einfach mal hier entlang. Beziehungsweise würde ich sagen, machen wir einen Cut. Wir sind bei 22 Minuten. Ja, dann ist in dieser Folge, außer Stickys sammeln und ein bisschen durch den Wald eideln, nicht viel passiert. Vielleicht in der nächsten Folge. Schauen wir mal. Wir wünschen dir auf jeden Fall da draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst. Und sagen Tschüss, bis demnächst. Bye, bye und ciao, ciao. Tschüss, tschüss.